Hallo. Hallo. Ja, ist Göttin da? Oh, wann kommt sie? Ja, es ist relativ dringend. Ich gebe ein Seminar und ich sollte unbedingt schnell mit Göttin sprechen. Ja, geht auch mit Gott. Ja, hallo. Nur ganz kurz. Ich gebe gerade ein Seminar und die wollen schon wieder wissen, was der Sinn ihres Lebens ist. Und ich sage dann immer was, aber die sind mir nicht so zufrieden. Gibt es da eine bessere Antwort? Ja, ihr hört ja alles mit ihr, wisst ihr, was ich sage. Ja, seit 55 Jahren. Ja, ich habe halt immer andere Antworten gefunden. Auch so einfach. Gibt es da nur eine? Ja, aber das ist ein bisschen schwierig. Ja, aber wir leben nicht in einer Zeit, wo es so einfach ist. Da ist die Auswahl riesig. Ja, wie soll ich denen sagen, dass das so einfach ist? Ja, aber das ist schon anders als dazumal. Jetzt haben wir eine riesige Auswahl. Wir haben Flugzeuge und Züge und Autos und Telefone und Handys sowieso. Und wir sind die ganze Zeit am entscheiden, was wir wollen, was wir nicht wollen. Das ist eine riesige Frage bei dieser Auswahl. Und dann einfach nur dieses eine Wort in dieser Zeit. Ja, Zufriedenheit, Zufriedenheit. Ich meine, das ist einfach für euch da oben. Aber da unten. Bei uns geht es echt rund. Ja, weil alles irgendwie zufrieden machen soll. Ein Stück Hesse zu essen bis hin zu einem Auto zu kaufen. Oder einen schönen Mann zu haben. Oder eine schöne Frau. Oder was auch immer. Was ist denn die Auswahl? Ja, das soll man mal klarkommen. Ja. Ja, das ist ein menschengemachte Tast. Die müssen wir wissen. Ja. Ah, okay. Nur das Wörtchen zu. Zu Frieden. Zum Frieden hin. Okay. Ja, danke. Ich brauche aber nochmal 55 Jahre mindestens. Ja, ich muss denen doch erklären. Ich muss denen doch erklären, wie es geht. Ja, vielen Dank.